Willkommen zurück bei Rocket League. Heute mit dabei natürlich wieder der Major, der Currywurst, der Lennon, der Sarazah, der Dennis und der Anton und wir lassen richtig aus im 3-3. Juhuuu! Anton und Major im Team, jawoll! Ey, der Dennis hat schon geklickt, der Assi. Äh, der hat schon geklickt. Okay, Auto? Ja, wir sind doch alle schon im Auto. Achso, also jetzt bin ich im Auto. Oh nein. Kommt Jungs, kommt Jungs! Ey, mit Lennon, Dennis und, und, und Sarazah. Ja, das bist du, Walle. Kenn ich, den hab ich schon mal gesehen. Der ist eigentlich ganz okay. Habe ich mal Videos im Netz gesehen? Ja? Ja, ja. Der LMS nur, der Dislike, Mann. Ja, der Dislike nur diesen Mafuyu X-Channel, der ist nämlich voll low. Äh. Woaah. Äh. Boah! Boah! Nice, Anton! Das ist der Walle zerstört. Alter, was soll das, Anton, du Dreckskacke. Hahaha. Du Dreckskacke, meine Sache. Anton, wir sind in einem Team. Sorry, ja. Ich glaub, das ist ein Agro. Aber Anton ist eigentlich voll der Nette, weißt du so. Und dann jetzt krastet der völlig aus. Der Anton ist so ein Typ, weißt du, als ich den in L.A. kennengelernt hab, ey, ich hab noch nie so einen netten Kerl kennengelernt. Bis heute. Oh, ach, den Koch. Bis wir Rocket League gespielt haben. Alter, ich werd die grad... Außer der Koch bei dir im Urlaub. Boah, der Koch im Urlaub, ey, der war so nett, ne? Der hat immer lecker Polo gemacht. Mit dem du Fotos gemacht hast? Polo, ja. Ja, ja, die haben zu dritt auf Spanisch gezählt. Polo, Pollo, meinst du, ne? Ich hab... Ich hab... Ich hab ne Polo gesagt wahrscheinlich. Könnt ich mir gut vorstellen. Ich schrieb mir ne Polo. Ich hab... Nächster, Anton. Diesmal nicht. Ich kann nicht erzählen, weil L.A. hat verboten. Ja, die... Ist schon ne anderen... Ja, vielleicht hättest du ja den... Der Anton, ey, der schleudert die Pille da aber auch. Das ist mal ne Freundschaftsstory, ne? Vorsicht, Leno! Sehr schön, der Befragungsschläger. Weißt du, wir reden hier und sagen uns das einfach voll an Weißen. Ja. Du bekommst den Trudy auch mal lieber. Wir sind hier im Underdog-Team. Irgendwann im Leben. Boah. Obwohl, wir haben ja den Leno als Torwart. Irgendwann im Leben. Da hängt der... Keine Ahnung, muss sein... Äh... Den ist so ne Bomben. Entschärfen und weiß den Code nicht. Dann kommt der Koch von der Seite. Uno, dos, tres! Und dann... Ah! Achtung, Curry! Ey, ich war so ne schöne Vorlage. Dennis geht da hin. Uno, dos, tres! Und dann... Oh, mi amigo! Schön! Schön! Oh nein, der titscht vorbei! Der ist gefährlich! Nein! Der hat's da weggehauen! Alter, das ist schwer zu... Was für ein Glück! Amigo heißt Dennis auf Spanisch. Rauf, rauf! Mein Amo ist Amigo! Ey, was war das denn? Hey! Curry hat den! Ey, was ist mit Ball los? So, der geht jetzt rein. Fuck! Oh, oh, oh! Da hüpft er! LENO! Ja, ey! Du bist so... So'n... Bunger Mann! Ja, der Leno ist echt... Was war das denn für ein komischer Artikel? Der ist richtig. Ich müsste aber haben müssen, Leno. Ja, war schwer, war schwer. Oh, ich glaub der Leno hat grad Besuch. Wie Besuch? Besuch von oben! Von oben? Wo war's der Leno? John Cena war grad da, ich muss auch was essen. Ach so. Wie, deine Mutter war grad da oder was? Ja, ich muss auch was essen. Bist du laut? Das Mutter von Leno! Ja, ich bin wieder zu... Ich bin wieder zu emotional. Wenn ich Emotionen zeige, werde ich geschlagen. Ja, alles ging Dennis. Ne Uno dos 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 Amigo und dann kommt die Wuppe an. Ja, wieder Dennis schuld. Ich hab nichts gemacht, Alter. Nein! Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Koch meine Mutter war. Der Crystal Meth-Koch vom Dennis, den meinst du im privaten. Der... Der Mess-Koch? Der Crystal Meth-Koch. Ach, der Pick-Scheiße. Ja? Genau das. Erzähl das? Der ist so heiß. Oh nein, oh nein. Oh nein, der Anton hat mich weggen- Ah nein, der Major. Der Herr Major war es. Der Herr Major, Herr Major. Hör mal. Hör mal. Hör mal, wie geht's denn? Reden Sie mal Kölsch. Ne. Ich geh nur Bock drauf. Kölsch. Hör mal. Ah. Leben lang rede ich so. Leben lang. Leben lang. Jetzt, Anton. Nein! 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 Ey, das wär so ein Spielzeug gewesen. Ey, das wär so ein Spielzeug gewesen. Okay, da ist der Dennis zum Glück, den hab ich mich voll verpasst. Alter, ich spiel so ultra schlecht so. Boah, echt? Ich bin gerade überhaupt nicht dabei, so null konzentriert. Jetzt, Anton. Anton, komm! Ohhhh. Gut weggenommen. Wenn's den Lennon nicht jetzt. Oh mein Leben lang mach ich den Ball jetzt in der Tor. Nein! Ich hab ihn schon wieder eingeschätzt, dumm. Curry, wenn du kickst, dann bin ich da. Oh mein Gott. Ey, ich roll hinter den Ball. Yolo. Bin über den Ball gesprungen und war dann dahinter. Hey, hey, hey. Kommt gut in die Mitte, komm gut in die Mitte. Talatsass! Ja! Was macht ihr denn der Major Kuriert? Doppelt save, mann. Doppelt hält besser. Ey, der Anton ist ne Wucht. Hä? Der ist ne Wucht. Boah ey, Lex. Schaut mal. Der lebe lang ist der Maschine. Der ist so eine Maschine, doch. Jetzt haut doch mal einen raus. Lange nicht mehr gesehen, sowas. So jetzt. So jetzt, hatte ich lange nicht gesehen. Lenno, Lenörchen. Ja, der kommt gut, der kommt gut. Oh, da kommt der Anton. Aus dem Nottingen. Der war wohl wegen Nottingen-Hill-Versuche. In der Story, ey, in dieser Folge bin ich so ultra-wit. Ich bin begeistert, dass wir nur 1-0 verloren haben. Gott, Dennis! Ja, Mann! Beim Rallye bin ich super, Alter. Das stimmt sogar nicht. Der weiß direkt, worum es geht, ey. Ja, aber das stimmt gar nicht, Alter. Das wird mir vorgeworfen. Das wird mir nur vorgeworfen. Das stimmt überhaupt nicht. Das wird mir seit Jahren vorgeworfen. Ich hätte mich lauter bei der Rallye gestellt, ja. Dann ist aber eine Kane fucked. So Curry, ein Tor dreimal gerettet. Super, Spieler des Tages. Glückwunsch. Okay, 3, 2, 1, go! Aber ins Auto! Mit wem spiele ich? Oh Gott, ey, warum muss ich immer mit dem Dennis spielen? So kann man doch nicht in Form kommen. Komm, Dennis, wir reißen die Nummer! Wir sind nämlich die besten Lockheed-Dich-Spieler auf der ganzen Welt! FC-Kürbis! Ja, wir sind ungefähr wie der FC. Wir sind eine Mannschaft mit Herz! Wir sind eine Mannschaft mit Stöger! Vorher muss man sich den Ball immer so vorstellen, wie so Kölsch redet, weißt du? Mit so einem richtigen... Wie so ein Kürbis! Hä? Kürbis! Du meinst wahrscheinlich Kürbis! Oh Gott, der Mittelfeld bekommt was! Kürbis Underground, ey! Nein! Bam! Fick die Halle! Das ist doch der Wahnsinn! Es waren Kürbis nur außerhalb von Köln! Nein, also nicht hier, das an Halloween kamen, Leute! Geh vorbei! Das an Halloween! Ich dachte, ich bin Wiese! Oh nein! Der titscht jemand und hat sich auf die Brille! Ah, fuck! Oh mein Gott! Dennis, ich baue auf dich! Okay! Was mach ich so stolz? Oh nein! Wir Loser! Wir sind solche Loserinnen! Boah! Was für eine Rettungsrichtion! Dennis! Das sehen wir aber mal zweimal! Zweimal! Wieso sehen wir das zweimal? Mit dem zweiten sieht man besser, Mann! So! Das ist eine Defensive! Sehr gut! Ich lieg auf dem Dach! Ah, und dann hat Anton getroffen, zum Glück! Geil! Oh! Jawoll, Tor! Nein, der geht ins Tor! Der geht echt ins Tor! Der geht echt ins Tor! Hoffe! Oh! 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 Das ist nur ein Freirückzieher! Oh! Ja! Komm schon! Der didsch gut! Nein! Oh nooo! Der Ball is headrend! Sehr schön! Oh! Der Curry, ne? Der geht mir grad echt auf dem Zeiger, Mann! Auf den Zeiger! Nein! Heyy! Ich wollte jetzt bloß keinen Fehler machen auch, ne? Seh mal in so einer Situation um den Herrn Major weggenatzt. Jawohl, Anton! Nein! Kevin! Nein! 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 Das gibt's doch nicht! Wunderbärchen! 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 Hi, ich bin Sarazai, ich bin zwölf Jahre alt. Nix da! Oh! Angehalten hab ich den! Am liebsten ess ich Koks! Ich bin meine Wunderbärchen! Er nennt mich auch Sarazai Escobar! Was? Oh! 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 Nein! Das sind ja ganz andere Welten! Das ist der Sarazai, den wir gar nicht so kennen! Das ist, weil ich Internet... Ich hatte den ganzen... Ja! Kling! Ey, keine Ahnung, war Glück! Völlig Dings! Er weiß selber nicht, warum er auf einmal so gut ist! Ey! Bin ja nicht gut, das ist ja das Wunderbärchen! Doch! Hallo, du hast das letzte Spiel... Nein! Oh, jawoll! Jetzt wollten wir den Walle so loben und dann kassiert er ein Tor! Boah, guck mal hier! So Plätzchen, ey, ganz ehrlich! So Weihnachtsplätzchen, ey! Oh, ey, das waren so Sekunden, dann wär ich dran gewesen! Man muss aber sagen, du hast das letzte Spiel mit zwei Toren alleine entschieden! Vorletztes leider, oder? Achso, ja, kann sein! Ja, leider! Ja, ich hatte mal bessere Zeiten! Zwischendurch! So alle 80 Folgen! Boah, Alter! Mach immer ein gutes Match! Nee, ich hab ja bisher auch noch nicht... Wahrscheinlichkeit! Ich glaub, das ist mein... Weiß ich nicht! Ich weiß gar nicht, wieviel das Spiel das ist! Ich glaub mein... Zwanzigstes oder so? Mein zweites! Ja, aber das ist auch sehr... Alles so zufällig irgendwie, ne? So gut kann man gar nicht sein! Jawohl! Man nervt schon dazu! Siehst du am Leno, der dann halt schon 800 Spiel auf dem... Auf der Tacke hat! Aua! Weil... Ja! Ach, wir haben keinen Torwart! Ja, Glückwunsch! Da war ich auch gerade wieder im... Zu viel gelabert! Weißt du? Anstatt da direkt schon mal Gas zu geben hier, weil der Anton mit mir vorbeisaust! Ja! Aber man muss auch mal ab und zu sein! Ja, ab und zu, ne? Ist ja Let's Play, genau! Wahrscheinlich! Ich bin im Tor! Sorry! Wer ist nicht? Bam! Den ist wert, Gott! Der kommt gut! Oh oh! Oh nein! Schon wieder abgeprallt, die Nuss! Hi Sage! Oh, sehr geil! Sehr geil! Wir haben noch... Wir haben noch eine Minute Zeit, ne? Das heißt... Zwei Tore sind durchaus drin! Du hast keiner im Tor! Ich bleib hin! Ich bin gerade gerutscht! Voll so rückwärts düster! Wer ist im Tor? Wer ist im Tor? Keiner? Okay, dann geh ich! Doch, ich! Der Curry mit Kühnchenreifen oder was? Jawoll! Perfekt! Boah! Alter, das ist so knapp! Curry abgedrängt! Oh Leute! Oh shit! Wer ist hier abgedrängt? Oh shit! Der Curry! Jetzt möchte ich ja kommen! Nix! Nein! Der dreht mich! Oh 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 oh! Oh! Nein! Ich bin vorne! Ich bin vorne! Ich bin vorne! Oh der geht rein! Der geht rein! Der geht rein! Der geht rein! Mit oben vorne! Der ist im Tor! Ich wollte den mir holen! Ich dachte jetzt nutze die Chance! Gibt's Folge! Hier! Ah! Ah scheiße! Das war mein Fehler! Ich bleib im Tor! Wir verlieren als Team! Wir gewinnen als Team! Boah! Der ist gefährlich! Oh Gott! Der ist richtig gefährlich! Nein! Nicht reindrücken jetzt! Muss man ja mal voll aufpassen und kein Eigentor machen in so einer Situation! Schön! Oh shit! Oh Manni! Wo fliegt der hin? Wo ist er? Nein! Wow! Ein Ehrentreffer muss ja wohl sein! Oh nein! Da kickt Dennis mal! Ah fuck! Wie ist das für den Gegner Dennis? Schön für deine Mutter! Oh! Okay danke dir! Ab und zu! Der liegt noch! Der liegt noch in der Luft! Da kommen noch drei Tore raus! Ja mindestens! Geil! Geiles Endbild! Ja okay! Das war's! Ah! Das war's! Ja! Da waren wir alle schlecht! Ja! Da kann man nichts machen! Ja! Da war's! Warte! Das erste Match oder das zweite leider schon? Zweite! Das war das zweite Match! Das war leider schon das zweite! Ja! Mann! Das geht immer so schnell vorbei! Ja! Das ist echt traurig! Mann! Wir können ja eine XXL-Folge machen! Aber! Ne! Ne! Seh ich nicht! Ne! Wir hauen das im Moment so häufig raus! Das ist ja auch nicht schlimm! Da kann man sich auf morgen freuen! Wenn es wieder heißt Rocket League! Super! Und dann kommt ein neues Match mit dem Currywurst, dem Lenno, dem Anton, dem Dennis, dem Major! Das ist super! Und dann müssen wir mal gucken wie viele Matches wir noch machen können überhaupt! Jetzt heute! Minus zwei! Ja! Minus zwei machen wir bestimmt noch und dann gibt es vielleicht wieder eine kleine Pause! Minus zwei! Aber Rocket League! Auuu! Jo man! Bis dann! Tschüss! Tschüss!